Obo Aquasit Obo Aquasit, die Vergussmasse für Kabelabzweigkästen. Schnell, sofort einsatzbereit. Sicher, wasserdicht IP68 geprüft. Einfach, öffnen, einfüllen, fertig. Der mit Aquasit-Gel gefüllte Obo Kabelabzweigkasten T60 sorgt für eine dauerhaft wassergeschützte Abdichtung elektrischer Verbindungen. Aquasit wird dort eingesetzt, wo mit langanhaltender, extremer Feuchtigkeit zu rechnen ist. Das einfache und saubere Einfüllen erfolgt mithilfe einer handelsüblichen Kartuschenpistole. Ein Anmischen oder Vermengen ist nicht nötig. Die Menge einer Kartusche reicht für das Ausfüllen einer T40-Dose. Aquasit kann bei normaler Temperatur ca. 20 Minuten verarbeitet werden und ist nach ca. 40 Minuten tropffest. Eine angebrochene Kartusche kann nach Verschluss bis zu 24 Stunden wiederverwendet werden. Das Aquasit-Gel ist eine Kaltvergussmasse, die durch ihre weichelastische Konsistenz ein späteres Entfernen und Nachinstallieren möglich macht. Aquasit ist reparaturfähig und selbstverschließend, sodass sich elektrische Verbindungen auch nach erfolgter Installation einfach und schnell testen und bei Bedarf schnell reparieren lassen. Die Vorteile von Aquasit Dauerhaft wasserdichte Verbindungen IP68 Zuverlässiger Schutz gegen Feuchtigkeit, mechanische Stöße und Vibrationen Einfacher und schneller Verguss Einsatz von handelsüblichen Kartuschenpistolen Hervorragende elektrische Isoliereigenschaften Weichelastisch, transparent, reparaturfähig, selbstverschließend Bei Bedarf leicht entfernbar Halogen, Silikon und Isozyanat frei Umweltverträglich und kennzeichnungsfrei Obo Aquasit Die wasserdichte Lösung für Kabelabzweigkästen Einfach, schnell Obo Geist Dauerhaft decorateē pardif Das ist eine gute Idee, dementsprechend Und ich bed illusion, weil Autofen